Die ersten Spiele laufen. Aber siehst du nie, dann können wir... Naja, schon mal so ein Nadeln. Ja, mit euch, das ist ja mein... Das ist ja mein zweites Spiel. Ja, bitte. Probieren. Drei, zwei. Ja, ja. Soll schon hier vorne sein, oder? Ja. Ja. Hm? Ihr seid durch? Prima. Dankeschön. Ja. 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 Ja, ne? Ja. 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 Ja, ja. 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 Das ist Heiko. Das ist Heiko. Danke. Steht Blut drauf? Ja. Boah, Mathis, was soll denn das, Alter? Ist das meiner jetzt? Es laufen die Platzierungsspiele. Von Platz 5 bis Platz 12. Sag mal! Steffi 21. So, Turnierleiter Matthias Fesser. Macht die Urkunden fertig. Steffi 21. Steffi 21. Gut. Seine Frau guckt kontrollierend über die Schulter. Ich kann da gar nicht kontrollieren. Alles in Ordnung, Angela? Ja, man muss bei ihm aufpassen, ne? Ja, das sind die ganzen Listen. Das ist das Halbfinale, der beginnt. Heiko gegen Andreas und David gegen Robert. Das ist David. Also, sie kommt. Okay, sehr schön. Also, viertel vor fünf, fünf ist die Presse hier und dann können wir das Finale spielen. Gibt's da noch einen Bier-Service? Wollt ihr noch was trinken? Steht dahinter Robert. Ein Bier hätte ich ja noch. Noch was? Du musst bezahlen. Hahahaha. Nee? Da hat die Neuren abgehört, ne? Oh. Oh. Ey, der Vortrag. Ja. Oh. Mit zwei. Jetzt ist er drin. Oh. Jetzt ist er drin. Oh. 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 Ja. Ich probiere das nachher auch noch mit dem Springen, ok? Zauber! So, damit spielen Andreas und Robert im Endspiel. Das sieht so aus. Fertig werden. Das ist schon der zweite Satz. Jetzt ist er durch. Uuui! Platz 1, damit der Erste im Einzelnen, der Robert! Uuui! Guck mal, ein bisschen Traum, Robert. Es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr. Oh! So sehen Sie aus! Schalala! Schalala!